Im Bereich Powerplans bieten wir die komplette Bandbreite von der Flächensuche bis zum Betrieb der Anlage. In der ersten Phase der Projektentwicklung suchen und planen wir den idealen Standort. Dies beinhaltet alle notwendigen Gutachten, Genehmigungen und Verträge. In der zweiten Phase Investmentmanagement entwickeln wir die passenden Finanzmodelle und sichern die Vergütung ab. Planung und Realisierung ist die dritte Phase. Dies beinhaltet die konkrete Ausführungsplanung, Realisierung und Inbetriebnahme der Anlage. In der abschließenden Phase der technischen Betriebsführung sichern wir den langfristigen Wert des Solarparks. Neben der Anlagenüberwachung, Wartung und Grünpflege bieten wir auch anlagenspezifische Services. Bein Wartung, Wartung und Grünpflege bieten die Ausführungsplanung. Ausführungsplanung. Bein Wartung. Vielen Dank.